oh man oh nein oh nein oh nein oh nein 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 geh weg geh weg hallo leute und willkommen zu dem garris mod mod mörder ich hatte gerade so eine denkpause und ja ich bin jetzt ein unschuldiger das heißt ich muss vor dem mörder abhauen manchmal bekommt man als unschuldiger auch eine pistole oder so wie der hier eine pistole oder ne ich glaube es gibt nur pistolen und mit denen kann man halt eben den mörder dann töten aber es gibt eben nur eine person mit so einer waffe ansonsten gibt es noch den mörder der eben neben sich denken kann alle anderen erledigen muss und das ist eigentlich auch schon alles deswegen hoffe ich mal zu überleben ich bin eine prinzessin oh 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 Ich bin... Nein, ich bin zu dir. Hä? Hä? Ich bin einfach verschwunden. Das ist ein Geist. Ich hab Angst. Oh Gott. Geh weg von mir. Ah, der Mörder. Und ich bin tot. Ich will nicht immer sterben. Schau dir das an. Ich hab meine Hand in meinem Gesicht. Ich bin nämlich so wunderschön. Ich zeig hier wie Butter. Schau dir an die Brücke. Okay, ähm... Ja. Okay, jetzt bin ich Vladimir. Komm, lauf. Geh doch rein. Na, los. Nerf. Luf. Muss irgendwann eine Treppe sein nach oben. Da. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, oh. Das ist ja witzig. Komm, Lisa, wir schaffen das. Ich vertraue dir. Töte mich nicht. So zauber ich dich. Ja, das sieht gut aus. Ich hab einen Schuss gehört. Ich hab einen Schuss gehört. Das geht also ganz schnell los schon. Oh, oh. Äh. Achso, die hatten einen Unschuldigen erschossen. So ein Verräter. Ich lach, wenn das am Ende der Mörder ist, ey. Das wäre schon witzig. Das ist eigentlich ganz schön unfair, was wir hier machen. Oh, Mann. Komm schon, Fässer. Immer mehr. Immer mehr. Am Ende, wenn das Explosive ist, wenn dann einer drauf schießt, boom. Alles weg. Das wäre cool, ey. Ich bezweifle, dass das ein Mörder ist, weil der würde kommen. Warum das zubauen. Zum einen, ähm, naja, er hat mich eh gleich getötet. Und zum anderen, es würde Jahre für ihn selbst dauern, wieder rauszukommen. Oh. So. Jetzt sind wir eingebaut. Ach, Lisa. Lisa, bleib bei mir. Lisa, komm. Komm her. Hey, Lisa. Lisa. Es reicht. Es reicht. Hör auf. Oh, ich kann sie gar nicht sehen. Oh, Lisa. Lisa. Bleib bei mir. Was ist das? Ach, das sind diese... Ah, so. Diese Kreuz-Werkzeugdinger. Wenn man davon nämlich vier aufsammelt, kriegt man eine Waffe. Hey, Lisa. Aber ich kann dich kaum sehen in diesem dunklen Licht. Komm zu mir. Ins helle Licht. Na komm, Lisa. Lisa. Kommst du hierher? Beifuß, Lisa. Lisa. Böses Mädchen. Lisa, komm her. Was machst du da? Lisa. Lisa ist ein sehr böses Mädchen. Sie hört einfach nicht. Lisa, komm her. Hier. Hier. Was ist denn da los? Oh, da kommt der Mörder. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bleib hier. Geh weg. Geh weg. Du bleibst da unten. Wir müssen einfach da drauf gehen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hatte eine Waffe. Ich hatte eine Waffe? Die ganze Zeit? Lisa. Besieg ihn. Du musst ihn besiegen. Es ist nur noch Lisa und er. Oh nein. Er wird sie kriegen. Oh nein. Lisa, wieso? Warum musste sie sterben? Das Schwein. Mann. Wieso? Damit komme ich nicht mehr klar. Ich muss eindeutig das Video jetzt beenden. Und ich heiße Spongebob. Ich heiße Spongebob. Ich bin trotzdem zu angeschlagen, um weiterzumachen. Stimmt's, Vladimir? Ja, stimmt schon, ne? Hast du recht? Ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, ich hatte. Manchmal träume ich mich über Cheese. Hilfe! Hilfe! Mann, war das deep. Unglaublich. Naja, gut. Wir sehen uns dann zu einer anderen Folge wieder. Und... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Und vergesst nicht, in den Kommentaren was dazu zu schreiben. Ansonsten... ...würde ich sagen... ...bis bald und cheerio!